Die IFM ist einer der weltweit führenden Sensorhersteller im Bereich der Industrieautomation. Es handelt sich hier um drei Firmen, nämlich IFM, GIB und Quosit, die gemeinsam an der Mission arbeiten, Industrie 4.0 oder Industrial IoT eine Realität zu machen. Hier geht es konkret darum, auf der Technologie-Ebene Sensoren maschinennah vom Shopfloor in den Topfloor in ein ERP anzubinden. Wir sehen unsere Aufgabe darin, diese Prozesse unterbrechungs- und störungsfrei zu sichern, um so unseren Kunden im unternehmerischen Sinne zielführende Lösungen bringen zu können. Als SAP Leonardo Partner wollen wir eines unserer ersten Industrie 4.0 Projekte realisieren im Remote Services Network Bereich, um insbesondere den IFM Kunden im Bereich des Maschinenbaus zu ermöglichen, Themen wie Fernwartung und Ersatzteilmanagement für die Zukunft zu optimieren. Und hier war SAP für uns der optimale Partner. Unsere ersten zwei Apps sind eine App, die dazu dient, Sensoren remote zu parametrisieren, die es somit dem Kunden vereinfacht, ortsunabhängig auf sein Automationsnetzwerk im Shopfloor zugreifen zu können. Bei dem zweiten Tool handelt es sich um ein Zustandsüberwachungs- und Analyse-Tool, was es dem Kunden ermöglicht, ortsunabhängig seine Produktionsprozesse und Maschinen im Shopfloor zu überwachen, um so frühzeitig Probleme erkennen zu können. Die Digitalisierung ist längst da, nur noch nicht in allen Supply Chain Prozessen. Wir sehen uns aber als Anbieter im Bereich des Industrial IoT. Und so müssen wir immer ein Stück weit unseren Kunden auch voraus sein technologisch, damit wir ihnen auch die Lösungen bieten können, die sie zu dem für sie richtigen Zeitpunkt benötigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.